Hallo Leute, hier ist der Gusor wieder am Start. Wir haben hier 1, irgendwas, ich zähle gar nicht mehr so genau. Und ich habe jetzt gerade gesehen und dachte mir, ey cool, ich sag mal so ein bisschen inaktiv sieht er aus. Und ich würde mal fast sagen, soll ich erst, soll ich das Erstwagen rein und das Town Hall wegballern? Ne, ich gehe glaube ich außen rum und ziehe mir den ganzen Loot. 1, 1, 2, gucken wir mal, jetzt ist ja noch nicht wirklich viel, der Minenwerfer macht da nicht wirklich Schaden. CB ist definitiv leer, da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Ja, die zwei Kanonen, die knallen schon richtig ordentlich los. So, jetzt der Magier-Turm dazu, kein Thema, aber der Bogieturm halt wieder. Ich muss wieder den Rest hier, gucken wir mal, was wir hier noch schön wegmachen können. Ach so, und jetzt beschäftigen sie sich natürlich schön wieder. Ey, so ein Sack, weißt du, die ganze Zeit gehen sie schön auf meine Queen los. Und kaum bin ich hier mit anderen Sachen beschäftigt hier. Zack, Bogieturm weg, sehr gut. Ja, wie gesagt, die Loot-Parade außen rum wäre natürlich ziemlich nice, aber ich sag mal, auf Nummer sicher erst mal zu gehen und dann das Town Hall wegzufetzen wäre natürlich auch ganz nett. Na, hier kriegt die Queen schon ordentlich ihr Fett weg auf jeden Fall. Ganz klare Nummer. Ja, schön Magier draußen, richtig nice. Die brauchen wir hier. Und jetzt will ich halt die Riesen auch nicht so lange aufhalten. Hier gleich Magier, äh, Magier, äh, Mauerbrecher rein. Auf jeden Fall. Ja, komm Queen, mach richtig schön. Nimm ruhig die ganze Kraft auf dich. Zack, hier die Magier sollen auch gleich reinkommen hier. Ich brauch hier halt richtig Verstärkung auf jeden Fall. Zack, na, das läuft doch hier. Gar nicht mal so schlecht. Ich hab noch meine Bogies für den Rest. Queen ist auch schon down vom Gegner, das passt, aber ich muss jetzt halt aufpassen, dass ich halt im schlimmsten Fall mit Magiern nachsetze. So, hier guck ich mal, dass ich mir hier irgendwo noch ein bisschen was... Äh, mit Magiern, mit... Äh, nee, das wird... Na, doch, das könnte noch was werden. Dann... Nee, leider nicht, aber... Ich hätte... Ja, können die mir hier meine Bogies hochheilen? Na, nee, gegen den Minenwerfer werden sie nicht anstinken können. Aber jetzt geht's halt darum, nochmal wirklich ein paar... Na, Prozente nicht, aber... Ein paar Points hier zu machen. Zack, voll erwischt. Aber der Loot war vollkommen in Ordnung. Schade, ich hätte gerne einen Two-Star gemacht. Äh, war meine Dummheit, muss ich sagen. Klar, logisch. Das ist halt so. Aber 47% passt schon. Ist doch in Ordnung. Passt. Der Loot ist, wie gesagt, exorbitant gut. Ganz klare Sache. Ich hab das auch wirklich mittlerweile so ein bisschen relativiert, muss ich echt sagen. Also, ähm... Klar ist so ein Angriff gut, aber... Dieses... Hohohohoho... Weil man halt irgendwo auch... Mittlerweile halt ein bisschen mehr kann, ganz klar. Dann steckt man sich höhere Ziele irgendwo. Hier wieder auch. Kleinzeug für Queenwalk. Einfach wirklich kleines Zeug, weil mir ein Golem halt wirklich nicht was hilft, sag ich mal. So, jetzt gucken wir mal. Homeboy. Mal gucken, was hier der Homeboy abliefert. Oh, richtig schön. Infernus beide weg. Klar, die Helden sind nicht zu verachten. Wir haben aber keine CB. Wir haben... Keine... Oh, richtig geil. Richtig cool. Das ist natürlich... So wie bei mir halt. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Ich meine, er hat einen Low King und die Queen ist nicht dabei, aber das reißt er locker. Richtig schön. Genau. Erstmal hier wirklich... Den krassen Loot, sag ich jetzt mal, hier schon mal weggenommen. Hier gleich den Max-Bohrer einwandfrei. Und natürlich gleich drei Prozente. Immerhin. Und dann hier richtig eskalieren. Genau. Vollkommen richtig. Eskalation. Ein Heal. Gleich ein Heal. Ich hätte in dem unteren Bereich hier gleich noch ein Heal gedrückt. Ja, okay. Jetzt ein bisschen spät, finde ich. Für meine Verhältnisse. Aber wisst ihr ja selber. Man steht dann da... Was kann man machen? Was kann man machen? Und... Geht aber hier richtig schön rein. Er hat gleich noch ein Heal hinterher. Warum nicht? Ich meine, du hast noch zwei. Schöne Dev-Gebäude auseinandernehmen. Reicht's noch für die 50%? Ja, doch. Wenn du Glück hast, geht's direkt aufs Rathaus. Und dann ist man ganz gut dabei hier. Genau. Und dann den King halt Healen im schlimmsten Fall. Dann bleibt der Rage noch über. Und dann sollte das hier passen. Ja, ja. Ich denke mal... Ja, hier geht's sogar noch in den Bereich. Aber ich denke mal, das wird wirklich dann mit dem Town Hall entschieden. Genau. Weil jetzt kann der King noch geraged werden. Wird eine knappe Kiste. Aber ja, klappt. Einwandfrei. Richtig geil. Sogar noch dadurch gleich die 50. Einwandfrei. King noch schön in Reserve gepackt. Man muss sie ja nicht komplett aus... Auslaufen lassen. Nee, einwandfrei. Auf jeden Fall hier. Mit Bonus. Und starker Angriff vom Domi. Schönen Go-Wipe. Wobei hier auch... Ich denke mal, die krasse Gefahr des Vorbeilaufens wäre hier, glaube ich, auch nicht so dolle gewesen. Finde ich. Aber einwandfrei. Und wenn Packers erstmal drin sind, echt, die zack, knallen alles. Hier, hier gucken wir nochmal. Ich möchte jetzt wirklich den Fokus wirklich auf die Packer hier legen. Klar, in Combo mit dem King halt, klar. Aber guck mal hier, Rathaus. Das ist so krass. Ich habe es halt wirklich das eine Mal gehabt, als ich die Base einmal so gebaut habe, dass ich wirklich gesagt habe, gut, okay, komm, mein Dunkles ist safe. Ein Hit von der Packer. Bäm. Die sitzt da. Wo ist mein Dunkles? Richtig, richtig krass. Also hier werden wir wieder wirklich mit richtig schönen Angriffen versorgt. Finde ich richtig, richtig nice. Und wie gesagt, wenn ihr das haben wollt, wir sind... Ich würde jetzt mal tippen. Denn eine Woche, zwei Wochen vielleicht sogar, werden wir noch Puke-Jagd machen. Also das ist nicht nur so eine One-Day-Geschichte. Sondern richtig schön, dass wir halt wirklich sagen können, gut, okay, jeder hat alles gegeben. Jeder ist wirklich bis zum Äußersten gegangen. Und dann können wir sagen, gut, okay, wir haben es gegeben. Wir haben das und das erreicht und fertig. Nicht nur einfach, ja, gut, okay, hier, die Top 50 ist erreicht. Gut, okay, tschüss, das war's. War halt eine schnelle Nummer. Sondern richtig schön, jeder gibt das, was er kann. Und es kam dann eben auch die Frage von manchen. Oh, wie sieht's denn aus? Ich hab halt eben ein Low-9er-Dorf, die schon im Clan vorher drinne waren, weil sie zu 4-Town-Hall-8-Maxed waren. Und, ja, reicht denn eventuell Meister? Bei sowas ist es auch kein Thema. Da würde ich jetzt auch nicht sagen, ey, komm, hier... Weil ich bin wirklich der Meinung, wenn man schon wirklich sagt, alle schon mal aus Kristall raus und im Meisterbereich schon drinne, dann sieht das auch schon mal richtig, richtig nice aus. Und das werden wir natürlich auch noch zeigen, ganz klar. Aber jetzt gucken wir erstmal, wo wir denn momentan sind. Wir wollen ja immer sehen, in welchem Bereich wir sind. Im Bereich Germany sind wir momentan bei 52. Wir haben noch einen sozusagen als Bonus drinne, der uns natürlich dann nochmal nach oben pushen würde. Aber guckt mal hier, sowas ist schon richtig, richtig kranke Natur. Also, das ist eine ganz andere Nummer, als wir jetzt zum Beispiel. Also, klar, nicht nur, weil es halt drei Plätze Unterschied sind, klar. Aber mit 43 Mitgliedern einfach mal über uns noch sogar zu sein, das ist eine Nummer. Also, da sind, ich würde jetzt einfach mal tippen, mindestens 5 Titanen. Na, 4. Also, das ist schon richtig, richtig Endstufe hier. Richtig, richtig geil. Und hat sogar noch, ich hätte gedacht, gar nicht mal mehr die Gold drinne. Aber das ist schon enorm. Ich meine, ganz ehrlich, man denkt auch so immer, naja, so, ach, Titan, Titan. Aber das hebt sich doch nochmal ganz klar erheblich ab vom Champion. Ganz klare Geschichte. Also, ganz, ganz, ganz klare Sache. Ne, also, wie gesagt, das läuft hier auf jeden Fall bei uns. Und immer gucken, sind wir eventuell nicht voll gerade. Dann mal eine Anfrage starten mit einem guten Townhall 9. Und dann, wie gesagt, also, man sollte schon so Meister sein. Also, so Meister sollte schon sein. Champ, Titan, Legende ist natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Ganz klare Geschichte. Das war es erstmal dazu. Ich wünsche euch viel Spaß. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, würde ich den gerne sehen. Oder auch den. Das ist in Ordnung. Passt. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.